Prost! Prost! Liebe Fluggäste, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass jetzt die Ansteinsfisch geht. Weil es trinkt gerade unerwandernde Turbulenzen auf. Aber Turbulenzen fühlen sich doch ganz anders an. Glauben Sie mir, ich bin so oft geflogen, ich kenn die Ahnen von Turbulenzen. Michi, lass das! Gib mir jetzt das Bier! Hä? Vergiss es, du hattest bereits zwölf Bier. Ich hab dir doch gesagt, wir hätten mehr mitnehmen sollen. Ich hab eine Idee. Hast du Bock auf einen Druckverlust? Ja klar! Auf geht's! Wie ist denn schwerer los? Englisch!